Und hier ist ne Pistole. Drinn. Der hat grad nach mir was geworfen und hat dich getroffen. Der hat den Glück gehabt. Du Stricher. Ja ja, der hat aber dich im Auge. Der löschert gerade den... Yo, der schießt gerade da rein. Er soll weg. Der schießt gerade, mit Anlauf schmeißt der gerade den ganzen Scheiß da rein was der dort hat. Ja ich komm sonst nicht raus wenn er da ist. Ne ne der ist, der läuft gerade weiter. Ja uns gehts gut. Wir haben Spaß. Ne in die Kirche kommst du nicht. Ne. Komm die Spinne kommt. Und ich bin tot. Das ist schlecht. Bist du gar nicht. So, wir können jetzt hier drinnen relaxen oder? Ne. Hier passiert nichts. Ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe. La 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 la. Komm, geh mal raus. Zum. Kommst du, Ops? Er kommt da wieder. Ich hab gesungen. Ich hab mir alles angefangen. Hm. Weiter geht's. Ich hab was von den Zombies auf. Und die anderen Viechern. Ich hör wieder irgendwas. Das. Das war knapp. Das war richtig knapp. Mutti? Ich möchte bitte nach Hause! Du bist tot. Mensch, bist du hübsch? Ich bewege mich kein Stück. Bis du wieder da bist. Mensch, ist dir ja wunderschön. Ja. Wunderschön bist du. Oh mein Gott. Wunderschön hässlich. Aber dass die, dass die... So sehe ich früh aus, weißt du? Aber dass die sich auch nicht wegbewegt. Die steht immer noch davor. Toll, die steht ja genau nur vor mir alles aus. Ja. Ja. Alter. Let's flitz. Die läuft hinterher. Shit, bin down. Ich bin in 15 Sekunden hier da. Ich bleib hier an der Enge stehen. So. Holy shit. Ich will da jetzt auch nicht drauf wetten oder so, ne? Warte mal. Äh, hier unten rechts. Könnt man nochmal hingehen? Ja. Also, was war denn? Leuchteviech. Den kannst du doch in Headshot verpassen, oder nicht? Ja. Na ja, dann. Denk dran, die können aber Sachen schmeißen, ne? Mhm. Und tschüss. Was machst du denn da hinten noch? Ich hab ihn geröstet. Ach so. Hier gibt's Sprit. Jupp, kannst mitnehmen. Das ist auch mal die Aufgabe erledigt. Ja. Aber wir müssen noch, was? Die, was? Bootstation finden? Bootsmotor suchen? Mhm. Motor in Boot einsetzen. Boot mit Treibstoff betanken. Boah, Alter. Der ist sehr viel. Meine Fresse, ey. Ein bisschen zu viel. Aber das Gute ist, wir müssen nur eine Aufgabe erledigen. Dann können wir flüchten. Er ist wieder ein Zombie. Ja, ja, nee, wir müssen, wir müssen in die Richtung. Ja. Ja, Typ vorne ist eh weg. Okay. Ja, liegt da schön. Da liegt, äh, da ist unser Schreihals. Der ist tot. Der sieht doch auch hässlich aus. Eingepackt mit sieben Sachen, na, 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 na. Der Freund geht mit der Beine. Kennst du es noch? Diese Werbung. Holy. Das war ne Spinne. Lauf und ich lauf und ich lauf und hopps hinterher. Hinterher. Zombie. Jetzt sind wir auch überall. Du bist nur verdammt nervig. Ne, ja. Aber wir sind gleich bei der Fischnerhütte. Mhm. Komm. Ach, da wieder. Hier, äh, war mein altes Boot. Wir können uns hier nicht lange aufhalten, aber hier gibt's keine Eule. Nö. Aber ein Hund. Ich höre einen Hund. Blöde Sau. Doch, die Eule sitzt wieder oben drauf. Ich bin drin. Wo? In der Fischnerhütte. Wo bist du? Wo bist du hier reingekommen? Oben ist ne Tür. Ah, okay, gut. Hört sich aber schon krummisch an. Oi. Oh, er ist aber ne Schöne. Ab hier in die Hütte. Headshot. Ja, mach mir die Tür hinter mir. Komm mir zu. Oh, er ist ja gut. Aber du weißt schon, dass da nicht sicher ist. Die konnten von beiden Seiten rein. Ja. Ja, trifft mich. Dann ist das Boot, glaube ich, ne, oder? Ja, das ist. Ist das das Boot? Das ist, glaube ich, das Boot. Oder? Laut KD, ja. Okay. Nee, 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 nee. Das ist nicht das Richtige. Nee, 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 nee. Ist nicht das Richtige Boot. Vorsicht, da vorne ist wieder so ne, so ne... So ne? Und Speedy Kronzales. Ja, ich bin drin. Aber hier ist auch nicht sicher. Wir sind, glaube ich, dann weiter. Hier, die ist irgendwo auf der linken Seite... Auf der rechten Seite irgendwo. Dann müssen wir nach links. Lüchten. Also, Alter, das war doch sachtisch. Alles gut? Ja, komm rein. Au, au, shit, shit, shit. Ja, mach mir die Tür zu. Los, komm rein. Hier steht genau... Hier steht genau davor. In der Nachbarschaft verschwinden immer mehr Menschen. Die Bewohner sind in Panik. In der Todesangst flieht Black aus der Stadt. Aber es sieht so aus, als habe er damit keinen Erfolg. Am Säufer findet er nur ein zerstörter Schiff. Wo ist Black jetzt? Gute Frage. Oh, ja. Wir müssen, glaube ich, weiter Richtung... Tunnel. Ops. Ist du hier? Ja. Pass auf, der ist irgendwo da vorne. Ja. Wer kommt? Alles gut, das geht schon. Ich will nur die Dörfer ein bisschen abklappern, dass wir ein bisschen was sehen. Hier muss der Reiler sein. Ja, die ist glaube ich oben. Am Dach. Ja, 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 ja. Ah, hier gibt's Benzin. Das war genau die Stelle, wo wir gestorben sind. Das ist genau die Stelle, wo wir gestorben sind vorhin. Ja, ja. Sind die alle blind oder? Nein, ist nicht. Verdammter Hux Salazar, was, warum? Das war die Eule oben. Oh, also die Eule, wenn die schreit halt, bist du super tot. Ja, bist du instant weg. Äh, was hast du gesagt? Ich weiß es nicht schon immer. Oh, meine Fre... OMG, Alter. Also, Muggel, der Mensch, willst du gerne mal mitspielen? Ich hab gehört, du hast ganz große Interessen dabei, um frei zu sein. Komm, spiel mit. Komm, spiel mit. Hahaha. 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 Game vorbei. Hahaha. Game vorbei, weg. Hahaha. Alter, leg mir... Oh, 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 oh. Ja, ich hab keine Ahnung, was mit dem Internet los ist. Da kannst du halt am Mund spacken. Ja, hier schon bei dir, aber ich meine, in Streamer und Sicht, da stürzt es immer wieder ab. Aber ich habe einen Ping von 500. Ja, ich sehe es. Ich habe einen Ping von 19 und sie macht sich gleich in die Hose, aber mit Anlauf, das war richtig mit Anlauf. Unser Anderer spinnt auch rum. Klasse. Das war mit Anlauf. Da spinnt sogar mal Internet damit da rum. Kann er sich auch mal wieder beruhigen? Ich weiß nicht, also wir hätten jetzt, wir könnten, weiß ich nicht, was ein Phobia könnte man noch machen. Also Firefox schreibt, spiel mir nochmal oder was anderes. Ja, ja, wie gesagt, das hängt jetzt von Abschied von euch oder sowas. Eins für Weitermachen oder zwei für anderes Game. Wir haben jetzt noch Lunch Lady, haben wir jetzt noch Mordenwesen. Mordenwesen. Okay. Okay, also sie wollen alle noch einmal. Ja, ich glaube ich weiß, wieso ich so einen hohen Ping habe. Warum? Ja, weil die bestimmt wieder alle im Internet sitzen. Deswegen. Geh hin, hause alle um. Meine Güte, hab geschlafen und nichts mitbekommen. Alles gut. Das hat er mir auch geschrieben. Kommt mit nem großen Knall. Also, bereit, oder? Gut, mach mal bereit. Ich bin beim 500er Ping. Naja, solange es flüssig geht, ist es scheißegal. Weiß ich auch nicht. Ob es noch flüssig läuft oder ruckelt. Nö, löften wir mal an, bei dir. So. Ups. Mann, wie kommen wir denn dir an diese scheiß Eule vorbei? Ich hab keine Ahnung. Wir sind ja nirgendwo lang, oder so. Nö. Und das... Äh, ich glaub hier lang, oder? Oh. Digga. Ja, komm aus dem Nichts heraus, der Pedder. Nicht nur Silvester. Nicht nur Silvester. Ja. Ich glaub hier kann man abkürzen, oder? So geht's nicht. Ich denke schon. Ne. Da kann man nicht abkürzen. Also müssen wir den Weg normal laufen. Ne, warte mal. Ja, wir müssen normal laufen. Ist das nervig. Ja. Ne, ja. Am... Morgen... Morgen mach ich ja wieder ganz normal Minecraft. Mhm. Dann passt das schon. Alter. Blöde Sau. Ich schreit einmal... Du kriegst ein paar Mal aufs Maul. Ja. Ich wollte doch nur was sehen, Mensch. Darf man nix mehr sehen? Bleh... Blöde Kuh! Hehehehehehe! Hehehehe! Hehehehehe! War's erst 19 Uhr. Hm? Ist erst 19 Uhr. Aber wir haben jetzt ein Stück abgekürzt. Er hat dich gesehen. Wer stirbt als erstes? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ich, weil ich hinter dir bin. Gibt es noch einen Knall? Dann werden wir mal sehen, wie weit wir dann kommen. Wir haben ja gesagt gehabt, wir haben drei Spiele zur Auswahl. Wir haben uns für das erste, für das hier und für Lunch Lady entschieden. Und als zweite Ausweichmöglichkeit weiß ich nicht, könnt ihr dann noch einmal entscheiden. Oder mal in den Chat reinschreiben, was sie noch sehen wollen. Wenn es kosten günstig ist. Naja, Lunch Lady geht's eigentlich. An sich selbst ist es ja auch nur ganz schnell sein. Du musst nur ganz schnell sein. Und oh shit, Alter, wir sind an der Kirche vorbeigerannt. Schon wieder? Wir müssen den Weg wieder neu feiern. Verdammte Angst, sonst kommen wir nämlich schnell hoch. Meine Güte. Ich glaub, ich komm noch nicht mehr hoch. Ja, das sag ich ja halt. Ach komm schon. Einmal komplett an der Kirche vorbeigerammelt. Verdammt ey. Verdammt ey. Du wolltest ja Speedtorn machen. Naja, wenigstens das wird eins und zwei, äh, das wird die zwei net von den Kiechern so, weißt du? Ja. Oh shit. Hier über die Wurzel. Oder was auch immer es ist es. Hä, wie hast du denn das hingeschafft? Da drüber hüpfen. Bei mir geht's nicht. Hä? Bei mir ist eine Mauer. Naja, da ist die Wurzel, hier. Bei mir ist hier nix. Bei mir ist hier nix. Bei mir ist hier nix. Hä? 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 Ich hab keine Ahnung. Äh, hier haste wieder Lichtfackel und dann war's das schon wieder. Und dann kannst du dann den Typen abknallen. Diniform. Und tschüss. Was ist denn da ein Titel? Ah, Teile der örtlichen Kirche wurden durch seltsame Pflanzen zerstört. Ich frag mich, wie es dazu kommen konnte. Da kann man ja nicht rein. Ne, leider nicht. Also kann man ja jetzt so weiter ziehen. Ja. Schöner Spaß. Da kommt wieder ein Zombie. Da kommt wieder ein Zombie. Ja, das rumst und bummst, Alter. Das gibt's gar nicht. Also sowas bist du noch nicht gewöhnt, oder? Ja. Naja, dass es so ruhig ist, und ne, so, ne, das ist ja in Ordnung. Aber wenn es dann noch einfach mal im Hintergrund ums macht, weißt du? Ja. Äh, ja, dann geht einer das Stück. Ja, Feuerfox. ich glaube firefox ist langweilig ich glaube wir laufen zurück oder? muss abpassen ich habe nichts zum schießen mehr ja ja ist der beste er kommt zu dir wenn der firefox eine explosion zündet dann hat er lange weile oh shit kommt er nicht hoch der backt ja rum es ist ja auch sonntag weißt du wie ich meine es ist ja nicht irgendwie dass wir jetzt hier wie fortnite oder irgend sowas spielen ja darauf sind wir ja nicht ausgelegt nö ich werde wieder gejagt alles klar ja es ist ein zombie man sieht es ja bestimmt auch an meinem puls halt ne dass ich bei 75 bin mein puls ist halt auch einfach gerade so nicht vorhanden ich bin gestorben ne eigentlich nicht aber ne das war scheiß drecksköder bei dir das was 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 ich habe das boot gefunden ich habe das boot gefunden ich habe das boot gefunden du hast das boot gefunden ja ja äh spinne du steh auf dem boot sogar drauf mach doch es ist doch zu vom motorfeld wir müssen alles finden ja 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 aber wo tue ich denn jetzt den Sprit hin den hast du so lange bis du alles gefunden hast so ok also das bootshaus ist genau hier jo bin da ja nein hier ist der motorfeld bestes boot ja auf alle fälle Motor fehlt pass auf da ist ein besucher ja dann bist du mal kurz beim Opsi drüben ja ich will ja unbedingt den Motor finden dann den Tank und alles und dann ausschrecken also also Firefox hat mir geschrieben du hast ein Hunderterpolz ungefähr also Firefox hat mir geschrieben du hast ein Hunderterpolz da der lügt da ist ein Zombie auf Speed ich bin die schnellsten Maus von Mexico Spidibii Spidifo Hahahaha Es ist drin, dass die... ... Kohle drin hat? Ja Hier ist nix drin Doch Echt? Was denn? Hier? Da liegt doch einer Ja, aber... ... nix was wir brauchen Das mein ich damit Was soll denn jetzt der Motor sein Und der ganze Quatsch? Gute Frage Irgendwo ich auf der Map Also warte mal Bootsmotor suchen Motor im Boot einsetzen Kraftstoff einmal eins Warte mal ein Boot mit Treibstoff Betanken Also ich denke mal Boot Das mit dem Boot Das wenn wir alles gefunden haben Wäre dann wahrscheinlich die schnellste Variante Ja Und die schlechteste ist das le... Die schlechteste ist das letzte Das Molite Finsternis Ja, alles klar Der greift mich an Ops Lauf Du sneaks und er greift mich an Hä... Hh... Hälter Laufhalter 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 Was ist denn los, Hobbs? Warte mal, es kann, naja, ich muss mal kurz gucken, weil das kann jetzt sein, das ist Explosion Einlöszeit, Ablängszeit, 5 Minuten Ich mach das jetzt nochmal neu, speichern Zünden, zünden jetzt wohl zu oft Nee, ich hab das jetzt mal auf 3 Minuten What the Alter, bin da, bin tot Äh, du rennst Ne Oder? Doch Das wusste ich halt nicht Ich hab mich voll erschreckt Ja, ja, bleib mal weg, bleib mal weg, bitte Weil ich geh jetzt in das Haus rein Ich will aber nicht, dass du wieder von dem Vieh stirbst Aber du musst, glaub ich, weit weg sein Ich bin jetzt in dem linken Haus Ich glaub, das ist weit genug Der hat geschrien Und ich war im Haus und mir ist nichts passiert Was? Wahrscheinlich, weil ich nicht in der Nähe war Ja Sicherung finden, Flüchte mit dem Gubschrauber Krass, wir haben jetzt in 2 Sicherungen für den Heli-Toc-Coc-Coc gebunden Generator betankt Aber wir können eigentlich mit dem Aufzug abhauen Weil wir haben alle Teile für den Aufzug Ja, ne Sicherung in Sicherungskasten, achso, ja na gut dann hau mal ab über den Dings, dann haben wir das Spiel durch. Also kommt er zurück. So, ich hab die abgeschossen jetzt. Echt? Ja, ja. Da liegt sie. Wow. Geh ins Haus. Na, wie hast du das jetzt gemacht? Was denn? Na egal, komm, wir hauen ab. Ich hab gar nichts gemacht. Nein. Hm, 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 hm. Puh. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Da haben die die Hitbox-Scheiße gemacht. Das ist eine verdammt große Hitbox. Das war ein Knall, also ist mir langweilig. Das war ein Knall, also ist mir langweilig. Ich hör doch auch nix auf Bio. Wir geben ja schon voll kurz, weißt du? Weil der hat bei dir, glaube ich, einen Knall gezündet, oder? Ja, ja. If yous moment later... Oh. Jetzt fängt die Party an. Ich habe eine Errungenschaft erreicht. Zu laut. Nein, ich bin tot. Scheiße! Diese blöde Spitter! Scheiße, warte. 18 Minuten haben wir überlebt. 18 Minuten! Das macht gar keinen Sinn, Alter. Komm, wir gehen mal bei Lunch Lady rein. Ja. Warte mal, 16, warte mal, wir haben 16, 17, 18, rein theoretisch bist man nach zwei Stunden des Spiels spielen, um dann Lunch Lady bis 22 zu machen, eigentlich. Eigentlich schon. Weil es sonst passt von der Zeit halten hat. Oder was sagt ihr, Chat? Oder was sagst du? Wir können Lunch Lady machen, oder... Was anderes, keine Ahnung. Wir haben doch Lunch Lady noch anzudienen, aber ansonsten halt, ja. Ansonsten machen wir halt einfach mal... Ach man, ey. Ne? Äh, Phasmo. Hm. Ah, Phasmo ist aber so langweilig. Ist es so? Ach man, äh, äh. Ach man, äh. Vielen Dank.